Die schönste Zeit war unsere Rentnerzeit. Da haben wir noch am schönsten gelebt. Und mein Mann hat mit 63 Jahren aufgehört. Das war damals so, er hätte, wenn er voll gearbeitet hätte, das hätte nicht gelohnt. Auf die 24 Mark konnte man verzichten. Und früher mussten die Leute alle Überstunden machen, unentgeltlich. Und wenn die Saison war, dann haben wir in der Konfektion manchmal bis abends um neun gearbeitet und haben nichts dafür gekriegt. Wir mussten froh sein, dass wir Arbeit haben, überhaupt haben. Es gab ja viel Arbeitslosigkeit. Hat man das auf den Straßen mitbekommen, die Arbeitslosigkeit? Wie? Hat man das mitbekommen, die Arbeitslosigkeit auf den Straßen? Naja, also so wie heute mit der Klauerei und Hauerei, das gab es gar nicht. Da ist der mal, das habe ich selbst erlebt, ein junger Mann an einem Gemüsegeschäft vorbeigegangen, wo die Obstauslagen draußen waren, mit Kästen drin und hat Mundraub getrieben, indem er sich einen Apfel geklaut hat. Und auch gleich reingebissen hat, er muss großen Hunger gehabt haben. Ja. 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 Vielen Dank.